Herr Kicke, ich freue mich, dass ich Sie zum Interview hier habe. Sie sind ja schon ein wirklich alter Hase hier auf der Messe. Sind Sie denn immer noch vorher ein bisschen nervös, bevor die Messe beginnt? Ja, natürlich, weil man nie weiß, ob alles funktioniert. Sie müssen sich mal diesen gigantischen Apparat vorstellen, fast 2.900 Ausstelle zu organisieren. In der ganzen Welt Promotion zu machen, damit die Welt dann auch nach Nürnberg kommt. Und hat alles funktioniert. Es ist alles richtig gemacht worden. Das ist natürlich dann, die Wahrheit kommt am ersten Tag. Jetzt haben wir Spielwarenmesse 2017. Was sind denn jetzt so die aktuellen Trends? Was können Sie hier so feststellen? Ich stelle fest, dass sich zwei Welten entwickeln. Eine sehr technologieorientierte Welt auf der einen Seite, die auch die aktuelle Lebenswelt versucht abzubilden. Und auf der anderen Seite das traditionelle Spielzeug, vom Spielbrett angefangen, über Pütenblüsch bis hin zum Modelleisenbahn und Modellbau. Und bei diesen Neuheiten, gibt es da etwas, was Sie persönlich ganz besonders jetzt begeistert hat? Haben Sie da schon was entdeckt jetzt in den letzten Tagen? Ja, es ist nicht nur ein, das ist hier eine Vielzahl. Sie muss sich vorstellen, bei uns werden eine Million Produkte ausgestellt. 75.000 Neuheiten sind hier im Messegelände zu sehen. Und da finde ich natürlich in allen Ecken etwas Interessantes. Ich bin natürlich sehr technikorientiert. Also Puppen ist jetzt nicht so mein Programm. Und das sehe ich natürlich im Modellbau und bei Modelleisenbahnen schon einige Sachen, wo ich sage, wieder Kind sein ist gut. Da wird man auch wieder zum Kind, oder? Ja, die Augen leuchten wieder. Da behält man sich aber auch das Kind. Das muss man auch haben, wenn man das hier macht, oder? Dass man selbst noch das innere Kind hat. Ja, ich glaube schon. Denn diese Messe hat sehr viel Passion und Emotion. Man will ja mit den Produkten Glück und Lebensfreude schaffen. Und das merkt man natürlich.